Was ist die Urmotive im Gepäck? Heute noch gibt es die Urmotive im Gepäck, jeden Tag. Das ist das Kosmische. Also das findet man in den frühesten Höhlenmalereien. Hatten Sterndrl und hatten das. Was man im Christlichen nicht benennen darf. Was aber jeder wissen müsste, was es bedeutet, wenn er sich zu denken getraute. Und das kauft auch die fremste Katholikin, kauft das gerne, oder der fremste Katholik kauft das, ohne das Gefühl zu haben, dass er gegen das sechste Gebot verstößt, eigentlich. Das heißt, im Gepäck überleben ganz archaische Darstellungen. Ich halte auch, dass es einfach wunderbar ist. Er ist heute gekauft, heute gekauft beim Gepäck von meiner lieben Frau. Natürlich, das braucht man auch, also wenn man das... Ja, geht's, ich... Vielen Dank.